Ja, erstes Mal. Das Team fand ich cool. Würde es nochmal machen. Ja, mach das unbedingt. Weil es witzig ist, weil man von einer ganz anderen Perspektive mal die Software sieht. Man macht tatsächlich innerhalb dieser komprimierten Zeit super viel. Man lernt irgendwie auch ganz, ganz viel. Und durch den Zeitdruck entdeckt man, was man eigentlich alles kann. Das Teil war auf jeden Fall, dass Ideen immer zusammengekommen sind. Und dass es halt cool war, wie sich das entwickelt hat. Der Spaß, den wir hatten, in dem Gedanken von scratch zu etwas, das wie ein echtes Serious-Eye. 48 Stunden programmieren, Spaß haben, Konzepte erstellen und Challenges oder Herausforderungen in unserer Zeit lösen. Vorbeikommen, mitmachen, einfach mal ausprobieren. Untertitelung des ZDF, 2020